Hallo, ich bin Niko. Ich hab Arbeit. Hallo, ich bin Niko. Hallo, Niko. Erst war es nur ein bisschen. Und dann wurde es immer mehr. Anfangs hab ich versucht, es zu verheimlichen von meiner Frau, von meiner Familie, von meinen Freunden. Ich hab ihnen erzählt, ich wäre einkaufen, lang und intensiv. Aber den ganzen Tag, das ging nicht lange gut. Irgendwann ist das Ganze aufgeflogen. Ich musste ihnen halt erzählen, dass ich arbeite. Immer mehr Menschen leiden heutzutage unter Arbeit. Geringfügigkeit ist meist die Einstiegsdroge. Einmal ein Ferialjob, was soll da schon passieren? Doch einmal ist nicht keinmal. 38,5 Stunden die Woche. Weißt du, wie viel das ist? Fuck! Bei Sätzen wie, werdet Teil unseres Teams, sollten alle Alarmglocken läuten. Seien sie wachsam, auch in ihrem Bekanntenkreis. Volksdroge Arbeit. Es ist nie zu spät aufzuhören. Bein. Bein. Verkauf.